Musik Mit neuen Balladen meldet sich Italiens Schmusesänger Nummer 1 Eros Ramazzotti zurück. Das Album, das den Namen Vita Cine auf Deutsch Hier ist das Leben trägt, soll am 23. November erscheinen. Der 54-Jährige plant außerdem eine Tour, die ihn nach Wien führt. Am 15. April gastiert der Italiener mit der sanften Stimme in der Wiener Stadthalle. Mit über 50 Millionen verkauften Platten und Fans auf der ganzen Welt gehört Ramazzotti zu den international erfolgreichsten italienischen Musikern. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.